Moin moin miteinander und willkommen zurück zu Creativerse mit Tito und Drakon. Ja, es ist ein bisschen was passiert. Wir haben so ein bisschen gecraftet und wir haben ein bisschen, ja, an unserer Burg gebaut. So ein kleines bisschen. Glasdach ist fertig, wie man sieht. Und Tito hat eine schöne, naja, Holzmauer gezogen. Ein Anfang. Ja, einmal nur so für die Optik. Genau. Und wir haben ein paar Laternen aufgestellt. Genau, Drakon hier so ein bisschen. Da werden sich die Positionen vielleicht dann noch so ein bisschen aufentschieden später. Und merkwürdigerweise ist der Kaktus hier gewachsen in unserem Heim. Mal gucken, wie das weiterläuft. Ich nehm mal hier den einen Glas raus. Mal sehen. Lefhext er ja nochmal weiter. Genau, diese Ebene hier wird so eine, hier drei Dinger wieder hoch. Das nächste Stockwerk komplett aus Holz mit Glasdach und dann kommt Stein. Genau. Also erstmal ein Erdholzstockwerk, dann ein Holzstockwerk, dann ein Glas-Steinstockwerk und so weiter und so fort. Ja, und so arbeiten wir uns nach den einzelnen Materialien hoch und bauen uns ein schönes Haus oder, ja, man kann es schon Turm nennen, aber schon sehr groß, ne? Ja. So, jetzt will ich mal eine neue Laterne ausprobieren. Wir haben nämlich von diesen Keepern, die hier laufen, Arc Stone. Also ein kleines bisschen gesammelt und ich habe so eine Laterne hergestellt und jetzt will ich mal ausprobieren, wie die so aussieht. So. Machen wir sie einfach mal hier. Zack. Kling. Ach, wie süß. Ich würde mal sagen, das ist ein Laternchen, ne? Machen wir sie einfach mal ausprobieren. Also, da finde ich hier diese, äh, äh... Dafür ist die aber verdammt teuer, ne? Ja. Wobei, man weiß natürlich nicht, wie hell die später in der Nacht leuchtet. Ja? Ja, gut. Mal sehen. Achso, ah, Moment. Und ich habe mehrere davon. Ich habe vier Stück davon, warte mal. Ach, dann mach gleich vier, okay. Das heißt, ich kann theoretisch dann... Kannst du hier in die Ecken stellen vielleicht? Ja, genau. Und dann steche ich die andere da auch mal hin? Boah, ich kann mich mal aufnehmen mit meiner Powerzelle. Ne? Ne. Ja, hier hat Draco eine kleine Treppe gebaut. Aus Dreck. Das wird natürlich alles noch hier gegen Marmor getauscht. Da hinten ist genau, redet die Tülle über meine Treppe. Wenn es hier eine kleine Tür, die irgendwie nicht zugeht, doch hier. Und Draco hat hier noch einen kleinen Glasvorsprung gebaut. Sehr nice. Baum. Und das Ganze ist jetzt betretbar über den Graben. Durch diese Leiter. So sieht es aus. Ja, und wir wollten entgegengesetzt des Waldes, wo wir eben sind. Mal gehen, ne? Genau. Ich habe jetzt nur ganz kurz noch mal in mein Infantar geschaut. Die können sofort starten, würde ich mal sagen. Können sofort starten. Ich habe noch einen Sapling, den ich pflanzen möchte. Oh, eine Leiter. Yay. Au. Wo wollen wir denn einen Baum pflanzen? Ich möchte einen Baum pflanzen. Ich habe keine Ahnung. Also dieses Bäumchen, das ist ja hier schon gewachsen. Äh. Hums. Okay. Du hast ein Loch neben unser Haus gesprengt. Und kein kleines Loch. Das nur mal ausprobiert. Alter. Doch ganz schön, ne? Also als du das in der Höhle gemacht hast, fiel mir das nicht so doll auf. Ne, mir auch nicht. Vielleicht, weil das hier Erde ist und das andere war Stein oder sowas. Das kann eigentlich, weil eigentlich wollte ich die Krabbe hochjagen, aber irgendwie. Oh, ich habe einen Schatz gefunden. Ich habe einen Schatz gefunden. So, äh. Ja, wir brauchen, wir brauchen einen Platz für das nächste Bäumchen. Ich, ich, ich pflanze das einfach mal hier hin und gut. Mach doch da unten in den Krater rein. In den Krater? Nee. Nee. Mit dem Krater müssen wir uns irgendwas jetzt ausdenken. Ich dachte, das macht mal so boff, aber das hier ist ein riesen Krater, ihr seht. Ich pflanze ihn mal hier. So, zack. Hier darf er wachsen. So, ja, dann, äh. Genau, können wir so Bäume oben in unser Haus erzüchten. Wasser. Wie weit wie. Äh, ist da wieder so eine Höhle? Guck mal. Das sieht schon fast irgendwie so eine Höhle aus, ne? Ja. Das ist eine Höhle. Guck mal, mit so... Mit so Stalagniten. Hm. Oha. Mäh, 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 mäh. Ich werde reingezogen. Wo, wo, wo gehst du hin? Ich werde reingezogen. Wo gehst du hin? Das ist die Strömung. Ach. Hä? Das ist aber eine harte Strömung. Ja, also... Wo, wo bist du denn? Ich bin wieder oben. Ich habe es rausgeschafft. Ach so. Das ist hier noch mehr, warte. Ich glaube mal. Brauchen wir für irgendwas Stalagniten? Ich glaube schon, aber... Also, ich kann es noch gar nicht abbauen. Das ist der Abfluss fürs Meer. Hilfe. Genau. Das Meer verschwindet. Oh Gott, ich habe eben deine großen Augen gesehen, ne? Wobei, ähm, ganz ehrlich, ne? Es gibt tatsächlich solche Phänomene, dass ganze Sehen durch so einen komischen Abfluss verschwinden. Das habe ich letztens im Fernsehen gesehen. Da gab es eine Reportage. Äh, ich will einen ticken. Alter Schwede, was machst du? Lüßig. Gib Tito kein... Ich habe ein neues Lieblingsspielzeug. Gib Tito kein TNT in die Hand. Ist das die normale TNT? Ja, die ganz normale. TNT. Ganz normal. Die erste. Alter Schwede. Ich habe ein neues Lieblingsspielzeug. Ich glaube auch. Okay, hier, das war ich nicht. Aber ich war am Erzählen. Es gibt in den USA, ich weiß aber jetzt nicht mehr den genauen Ort, so einen See. Und die Indianer nennen ihn, ähm, verschwindendes Wasser. Und die, die normale Bevölkerung, ne? Also die, die Leute, die halt nicht, nicht so wirklich was mit der Natur anzufangen wissen, die haben sich halt gefragt, äh, ja, äh, was soll denn dieser Name? Verschwindendes Wasser, ne? Und da ist es so, dass im See ist halt irgendwie ein Loch. Irgendwie ist der Boden da drunter, da sind riesen Höhlensysteme, ne? Und, ähm, dieses Loch ist halt normalerweise durch, keine Ahnung, Schlamm und Matsch und Geröll und Bäume und, und Pflanzenreste immer zu, ne? So, wie so ein Propf, ne? So ein, so ein, und, so, von Zeit zu Zeit, alle, äh, paar Jahrzehnte, sag ich mal, ne? Löst sich dieser Propf halt auf, ne? Durch irgendwelche Naturbegebenheiten. Und innerhalb von so, so, ein paar Tagen fließt das gesamte Wasser vom See ab und ist weg. Ist alles dann, trocknet alles komplett aus. Ein, ein riesen See, ne? Krass. Ja. Und die Leute haben nicht gewusst halt, wieso, ne? Und, ja, haben sich gewundert, so, hä, wie, wo geht denn das Wasser hin? So, haben sie dann, ähm, untersucht und war ein riesen Höhlensystem, ne? Ja. Und jetzt, jetzt wissen sie es halt, ne? Alle paar Jahre ist halt dieser Propf kaputt und das gesamte Wasser fließt da. Hä, wo, wo bist du jetzt? Ach, da bist du. Ja, die, du hast mich hier in eine Falle gelockt. Ja, ja. Okay. Also, auf der einen Seite haben wir Savanne, auf der anderen haben wir, äh, hier Eiswüste. Naja, nicht Eiswüste, ne? Das ist ja eher dann so. Aber es ist schon Schnee. Was ist denn das hier? Elderwood. Wollen wir einfach mal geradeaus gehen, soweit wie uns die Füße tragen? Füße tragen, ja. Bis es Nacht wird. Ja. Vielleicht so ein bisschen an der Küste, längst so ein bisschen an der Küste und so ein bisschen im Wald. Achso, ich bin hier gerade irgendwie in so einem Tal. Hä? Da muss ich mal wieder hochkommen. Das klappt nicht, ist gut. Das Tal sieht so ein bisschen aus, als wenn da ein Fluss durchgehen würde, der aber gefroren ist, ne? Findest du nicht? Ja. Ich finde, das macht so den Eindruck. Ach, da muss du. So, bin da. Damit ziehe hier Eis für den Whisky nachher. Ja, ein paar Eiswürfel kann man immer gebrauchen. Guck mal, da ist so ein Huhn. Ein Eishuhn. Yay. Komm her. Wie die Irren. Komm her, komm her, komm her. Plonk. Ah. Aber irgendwie droben die nichts geiles. Okay, da hinten sehe ich so eine kleine Insel. Mich ist mal ein bisschen neugierig. Ah, ich sehe unser Haus von Weitem. Wo denn? Nach links einfach. Genau. Achso. Je höher das wird, desto weiter können wir weg und können es immer noch sehen. Hm? Das sieht schon cool aus, so von Weitem. Ja. Guck mal, siehst du da hinten? Da sind irgendwelche Inseln. Ja, lass mal hin, umgucken. Bin ich gerade ein bisschen neugierig. Vielleicht ist da irgendwie was geiles. Oh, hier ist schon wieder Treibgold. Treibgold? Treibholz. Treibgold. Treibgold ist auch immer gerne genommen. Hier ist wieder so ein Loch. Uah! Ja, genau. Kommst du raus? Äh... Wo bin ich denn jetzt? Also ich sehe deinen Namen noch, aber... die Strömung hat mich hier aber sowas von schnell runtergezogen. Ich wollte dich gerade noch warnen, so nach dem Motto, da ist wieder so ein Loch im Loch. Ja, da war ich schon drin, aber hier ist ganz viel Obsidian. Nein, echt? Ja. Können wir mal ein bisschen Obsidian nehmen? Aber Obsidian, da brauchen wir doch diesen Extraktor, oder nicht? Oder geht das noch so? Ja, hab ich. Ach, hast du? Hab ich. Ja, dann komm ich auch mal. Also ich geh auch nicht ohne aus dem Haus. Ich hab immer so 20 davon mit. Man weiß ja nie, was man findet. Du arbeitest gerne so im Dunkeln, ne? So. Ja, dafür bist du ja da, das hell zu machen hier. Ja, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Vorsicht, Vorsicht. Oh, wow, wow, wow. Was guckt hier, Mann? Ich muss was sagen, ich hab irgendwie nur eine Fackel mit. Äh, da unten ist einer von diesen Grunzern. Hörst du dieses Grunzen? Dieses Gurgeln? Hm. Big Daddy. Warte, mach mal TNT. Boah, das sind zwei. Das sind drei. Alter, die blenden einen, ne? Kann das sein? Komm. Komm, wir platt. Machen. Boah, Alter. Nee, Points, ey. Okay. Ey, ich darf falsch. Haben die was fallen lassen? Nee, nur diese Augen. Ich hab mir das alles eingepackt. Ich mag es dann hier nicht. Ja. Diese roten Augen, weißt du? Jo. Ah. Können wir nochmal gucken hier, ob wir... ...meer Obsidian finden. Ah ja, scheiße. Wenn ich diesen Obsidian-Handschuh herstellen. Ah, ich hab den Handschuh noch gar nicht an. Kann ich hier nix wegnehmen. Noob. Ja. Bist ein Noob. Ganz schlimm. Sind wir nicht alle Noobs? Sind wir nicht irgendwann alle irgendwie Noobs? Aber... Ah, Moment. Hier ist noch dieses Magnatid. Das kann man mitnehmen. Das ist ja auch doch relativ selten. Ja. Ah, siehst du. Und hier ist nämlich noch eine Ader. Ich verstehe. Ja, da wollten wir eigentlich nur erkunden. Und was machen wir jetzt? Jetzt sind wir unter der Erde. Ja, aber so hier kommen. Obsidian muss man mitnehmen. Ja, muss man mitnehmen. Das gebe ich dir recht. Das ist selten. Und durch Zufall hier reingekommen... War ja noch... All die Strömung war so stark. Als du gesagt hast, hier ist ne Höhle, dachte ich... Na ja, was ist denn da? Und dann war ich schon unten. Was schön ist? Hast du noch was schönes gefunden hier? Nee, eigentlich nicht. Ich hab ein bisschen ausgeleuchtet. So sicher ist sicher. Ja, aber... Ja. Ich sehe so auf dem ersten Blick... Ist nur das Obsidian. Kein wirklich Wertkreis. Obsidian ist nur hier vorne. Ja. Okay. Ist ja auch okay. Aber hier sind noch Obsidian-Notes. Guck mal da. Wo? Da. Oh, cool. Sehr gut. Wischen noch rumbuddeln. Manchmal tauchen dann immer noch mal weniger auf. Aber in dem Fall, glaube ich... Ja, das ist doch gut. Guck mal, haben wir... ...drei, vier, fünf, sechs, sieben... ...dann mal... ...sechs... ...ääh... ...ne? Ja. Ich guck gerade schon, ob man das nehmen kann. Also man kann hier schon so ein bisschen abgrasen. Ja, nimm doch schon mal welche mit. Oder hast du immer ein Toril voll? Nee, nee. Ich nimm mal das, was schon mal fertig ist hier. Oh. Das kann man ja mal bitte mitnehmen. So. Sag mal, diese Dinger sind dann auch weg, wenn die fertig abgebaut haben, ne? Ja. Ja. Und es gibt auch noch Warns-Dinger. Die sind aber ein bisschen teurer. Okay. Kosten, glaube ich, Obsidian auch in der Herstellung. Die bauen dann aber auch mehr ab. Also gerade... Also das sind dann... ...wenn du die dann nachher nimmst, so für Iron oder so... ...wohnst du dich dann schon. Okay. So. Aber wir können jetzt hier nicht die ganze Zeit über... ...stehen bleiben, ne? Also müssen wir auf der Höhe bleiben, wie die Höhle ist. Ähm, hast hast du dir keine so ne Dings, äh... ...so ne Stone-Dings gemacht? Ja, Stone. Aber mit Obsidian kommst du erst in die nächste Schicht. Achso. Das weißt du. Ich buddel uns mal nach oben, ne? Damit wir nicht durchs Wasser durchmüssen. Eine Minute, genau. Jupp. Jupp. Okay. 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 Tralala, tralala, tralala. Na, was machen die Obsidian-Cores? Bin gleich fertig. Willst du den beiden laufen? Kleiner Moment. Ich hoffe, dass ich uns jetzt nicht irgendwie unter dem Meer ausbuddel, ne? Weil die, die, die Chance besteht hier. Wenn wir gleich hier, wenn wir hier gleich im Wasser schwimmen, dann wissen wir Bescheid. Nimm schnell das Obsidian und, äh... Pfff. So, sind fertig. Sehr gut. Alles einpacken. Jo. Folge dem Licht. Dann, äh... Kommst du irgendwann... Oh, hier bist du links. Vielleicht. Juhu. Sicher bin ich mir noch nicht. Oh, hier ist doch schon ein Strand. Gut. Ja. Ja, das kann nur auch unter dem Meer sein, ne? Ach was. In. Da ist glaube ich schon. Nee, das... Da ist Himmel, ne? Da ist Himmel, ja. Da ist auch gerade eine Krabbe runtergefallen irgendwie. Was? Echt? Ja. Ja. Äh... Hast du noch Dinger, auf die wir uns raufstellen können? Oder? Äh... Inwiefern mal so raufstellen? So hoch? Oder warte, wir machen das hier so. So. Kommst raus jetzt. Hey. Hey. So, äh... Hey, ho. Fast wieder Nacht, ne? Mhm. Okay, hier sind wir raus. Und da hinten sind wir rein. Genau. Ah, hier war das, ne? Genau. Okay. Gucken, was da hinten noch ist. Schon können wir noch gucken, glaube ich. Ja. So zwei Minuten haben wir noch. Mhm. Im Wasser ist man echt schnell. Ja, richtig. Gut. Oh, ich sehe hier einen Prozessor. Ich möchte da hin und ein paar Fackeln machen, wenn ich überhaupt die richtigen Materialien da habe. Gucken wir mal so um die Umgebung an. Uh, da brennt's aufm Baum. Äh, es brennt aufm Baum. Das ist nicht gut. Na gut, aber der Baum verbrennt nicht. Ich sehe hier aber am Strand schon, ähm, Geisterkrabben. Na gut, da. Ja. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sagen, bis bald, bis zur nächsten Folge. Bis bald.